Hey Freunde! Heute habe ich einen echten Geheimtipp für alle. Das Äquivalent zum T490S. Ich präsentiere dir das Ultrabook. Lenovo ThinkPad T495S, den es auf RenewOne gibt, sehr dünn und leicht für alle, die nach einem zuverlässigen und preiswerten Laptop suchen. Was sofort auffällt, ist das zeitlose und elegante Design des T495S. Es verkörpert eine professionelle und robuste Ästhetik, die in einer Welt voller kurzlebiger Trends Bestand hat. Die Tastatur? Einfach wunderbar. Sie macht selbst längere Schreibsessions zum Vergnügen. Und wenn du den Trackpoint noch nicht ausprobiert hast, lassen sich dir gesagt sein, er ist ein echter Gamechanger. Die Performance wird vom zuverlässigen AMD Ryzen 5 Pro 3500 U-Prozessor angetrieben, den es jetzt auf RenewOne gibt, den du auch mit Windows 11 betreiben kannst und der auch heute noch eine solide Leistung bietet. In Kombination mit den Radeon Vega Mobile Graphics und 8GBer bei RAM kannst du alltägliche Aufgaben mühelos und ohne Verzögerungen erledigen. Das Highlight? Die beeindruckende Konnektivität des T495S. Bist du für alle Eventualitäten gerüstet, ohne dass zusätzliche Adapter notwendig sind. Und vergessen wir nicht den blitzschnellen M2 NVMe PCI-Speicher, der ein Hochfahren in Sekundenschnelle ermöglicht. Natürlich gibt es schnellere Laptops auf dem Markt. Doch das T495S bietet eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wert. Es ist ein zuverlässiger Klassiker, der sich auch gegen deutlich teurere Neugeräte behaupten kann. Also, ob du Student, Profi oder einfach nur auf der Suche nach einem soliden Laptop bist, das Lenovo ThinkPad T495S sollte ganz oben auf deiner Liste stehen. Das war's für heute, liebe Tech-Fans. Wenn du von diesem Laptop genauso überzeugt bist wie ich, vergiss nicht, einen Daumen hoch zu geben und zu abonnieren für mehr ehrliche Tech-Reviews. Bis zum nächsten Mal!